Juch, wir sind in der zweiten Aprilhälfte angekommen mit der Kernprobe und dem Nerdquiz-Kalender dazu und der sagt mir heute, stell dir selbst diese Frage hier. Welcher war der erste Spiele mit Bart-Titel auf der Game1-Webseite? Auf der Game1-Webseite? Was weiß ich? Dark Souls? Ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Schauen wir halt mal. Fantasma-Goria? Warum? Keine Ahnung. Egal, ich sage es jetzt halt zum fünften oder achten Mal, diese selbstreferentiellen Fragen finde ich suboptimal, ganz ehrlich.